Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fahren wir von Köln nach Essen. So, ich bin jetzt hier bei dem Puzzle hier und fange an Sie einzig weg. Es ist sehr freundlich. Servus. Ich hoffe, ich... Auf geht's. Servus. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Auf geht's. Servus. Sie wollen bestuhlen. Mahlzeit ist... Danke. Ich habe alle eingeschränkt, nur eine Person war falsch. Und dann fahre ich direkt los. Mein Nagel ist lang übersehen. Das ist nur eigentlich 10 Jahre, aber es ist nur ein Nagel. Es ist früh, das schaffe ich noch. War das ein Bordstein? Nein. Das war natürlich eine Wolke. Natürlich war das der Bordstein. Was sollte sonst für ein Wesen sein? Das ist schön. Das ist das Texten. Ich habe das nicht gefahren. Dann gehen Sie sich nicht drüber auf. Das ist die Radar. Ich habe das nicht gefahren. Ist das Taxikator von Rotger? Ich habe das nicht gefahren. Ist das Taxikator von Rotger Bahn? Ist das eine Banter? Warum fahren sie eigentlich nicht so schnell? Damit wir kurz nicht ankommen. Es ist nicht rot, denn hier können keine Angriffen. Ah! Nein! Ah! Ich muss hier rum! Ich muss hier rum! Tschüss! Die Bushaltsgeschüttel ist echt stabil, aber die Anfindung ist echt leid. Mein Nagel ist angerissen. Das ist mir egal! Sie müssten mir nicht die ganze Zeit sagen, dass du mein Nagel angerissen hast. Das ist ja nicht mein Nagel. Mein Gott, wir haben etwas überwacht. Nein, das war immer noch der Ortsteck. Siehst du auch so, dass du kommst. Oder auch nicht. Wenn du nicht kommst. Ich glaube, kein Unfall. Jetzt kommt ganz bestimmt ein Unfall. Leichter Unfall! Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Das wäre in jedem Fall einer meiner Sorgen. Außerdem sieht das für mich wie ein leichter Unfall aus. Ich glaube, das Navi ist gerade egal. Und? Aber die sagen die ganze Zeit, dass ein Taxifahrer was gefahren ist. Jetzt werde ich das beweisen. Dieser Taxifahrer macht bestimmt gleich ein Unfall. Ich habe nie so welche Unfall. Ich muss hier rum! Ich habe es geschafft. Ich werde nicht so kurz verfahren! Ich werde nicht so weit verfahren! Nicht so lecker! Ich meine, ich fahre noch gut im Bus. Ich werde nicht sterben, keine Sorge. Es geht eigentlich mit dem Bus fahren wie ihr sie seht. Ich weiß auch nicht, für die Zeit. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als ich. Ja, dann nimm ein Taxi! Nimm ein Taxi und fahr dich bitte da! Ah, die Polizei! Weg mit dir! Keine Sorge, ich habe für Tüten gesorgt. Schaut einfach unter eurem Sitz. Jetzt kann ich was machen. Das ist das, nein? Das Schild sagt mir sehr wenig. Ah, jetzt. Einfach raus, lang zu sehen. Was geht denn hier ab? Ja, wir hatten einen leichten Unfall, falls es dir nicht aufgefallen ist. Wie fällt ein leichter Unfall nicht auf? Ja, das war knapp. GAS! Ich bin gleich schlecht. Mir geht schlecht. Vielleicht solltest du ja nicht in den Fernbus steigen, sondern zu einem Krankenhaus. Wer hat sein Handy nicht ausgeschaltet? Ah, ich kann nichts sehen! Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Wie gesagt, nehmt einfach ein Taxi. Bei mir ein Fernbus steigen ist keine gute Idee. Das ist die richtige Richtung. Ja, das ist es. Tschüss Ampel. Ah! Okay, die Ampel ist halt überlebt. Was geht denn hier ab? Ja, wir haben vielleicht mit Absicht oder vielleicht auch nicht absichtlich ein paar Schilder umgefahren. Aber wir sind hier zum Essen. Was war das denn? Ah! Das war ein Unfall. Das war ein Unfall. Hallo, Kollegen Freund, ich bin ein Unfall. Das könnt ihr mir so oft sagen, wie ihr Freunde. Wenn ihr... Wieso seid ihr dann nicht mit einem Taxi gefahren? Sollt euch doch umsprechen, dass ihr kein guter Busfahrer sind. So viele Leute haben schon nach Hilfe geschrien. Jetzt ist es aber so, ihr müsst es mir nicht 15 mal sagen. Ich habe schon mein erstes Mal verstanden. Taxifahrradfahren, Messhaltung. Nein, das war eine Bordreinkante. Jetzt haben wir jemanden überfragt. Seht ihr? Das ist auch niemanden interessiert. Das war's mit dem Video. Und tschüss. Das war's mit dem Video. 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 Das war's mit dem Video.